Ich finde es bald, dass mir das Buch da gegeben ist, was schon mal vorgekommen ist. Und wir sind mich, die Profis, völlig überrascht. So nach dem Motto, oh, wissen wir gar nicht, was wir spielen können. Das ist ja noch nie passiert. Da würden wir wissen, was wir spielen. Wir haben euch auf der alten CD eine Nummer, die sich da nicht angeheißt, Last Favorite Song, und das als erstes zu spielen wäre ja auch blöd, ne? Also, das ist ein Liebeslied. Das dürfte auch gewünscht nehmen, und das ist aber ein bisschen anders als sonst so, weil die Idee zu den Liebesliedern gekommen ist, als ich vor drei Jahren für den Ort, der ich gefeiert habe, geht an einer Frau. Und da habe ich dann gedacht, es gibt immer so viele Liebes, die ihr von so genannten Mädchen kennen, die ihr euch überzeugt, ich schreibe es ja noch nicht, manchmal Platz, aber auch nicht immer, die müsst ihr nicht alle Instrumente haben. Und der Bruder schreibt ja meistens so Lieder, wenn die Frau einen verlassen hat, also die ersten Bezug, wie ich da in der Karte war, ich ein ganz kleiner Junge war, von Deep Rift Baby Café, der das war. Da habe ich aber drüffend, der Pop-Style immer alleine. Wolltest du, wenn du dich extra Tisch verscheiden lässt, wenn der Gehör uns einfällt? Aber hier war es halt irgendwie anders. Ich habe einfach gedacht, wenn wir schon mal über den Ortzeit feiern, und das ist in der Nähe schon 30 Jahre in der Frau zusammen, würde ich mir gedacht, das wird er auch machen lassen, die Musik zu schreiben über eine Beziehung, die glücklich ist, und die hoffentlich ein ganzes Leben dauert, weil das ist ja außer Frieden, und das ist so weit, das Lustig wird, was man sich eigentlich wünschen kann. Und die Leute, die sowas auch erleben dürfen, die sowas schmeißen. Und deswegen noch mal vielen, vielen Dank fürs Kommen, und jetzt das letzte Lied, und danach zum Schluss habt ihr noch ein schönes Wochenende, bis wir morgen schweig waren, so nah waren wir euch mal hier irgendwo, oder fast zu Fuß entgegen. Mir wurde ja auch nicht Spaß. Gut, und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Macht's gut, danke schön. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik